Aber jetzt wird es gleich lustig hier. Hier wohnt nämlich jemand. In der Gegend treiben ein paar widerliche Lörker ihr Unwesen und greifen hier echt alles ab. Sie haben mein zahmes Hip-Hop-Fati verscheucht. Das ist jetzt so, so lange weg. Ich stelle immer sein Lieblingsfressen raus, aber diese Sumpfratten stellen es jedes Mal. Wenn ihr diese verdammten Viecher in Schach haltet, riecht Fati ganz sicher die Leckereien und kommt zurück. Könnt ihr mir helfen? Ja, wir helfen. So, das war damals auch so eine Aufgabe, wo ich dachte, oh, wie soll ich das machen? Wir stehen jetzt praktisch in so einer Eco-Dingens. Wir müssen jetzt die Ratten davon abhalten, hier das Futter zu klauen. Das geht um drei Wellen, wenn mir das wichtig würde. So, eine Welle 1 haben wir geschafft. Da hinten jetzt kommt Welle 2. Ja, da hinten geht um 4 Platz. Das Ah, wütendet wird das Abragten addressiert. Das ist ein Glück. Oh Gott. Da hinten kommt Welle bereit. Weg hier! Nein! Okay, noch mal voll vorne. Da muss er auch genau auf ihn draufziehen. Das ist so ein ähnlich nerviges Minispiel wie mit den Angeln. Mit den Fischen. Einfach immer weiter schießen. So. So. Okay, das war wieder Welle Zwei. Oh Gott. Hey. 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 Oh my God. Gott sei Dank. Haben wir das auch hinter uns gebracht. So. Dafür haben wir jetzt... Ja, doch, haben wir eine Energiezelle von gekriegt. Oh, rette das... Reite auf dem Flattwand. Farty haben wir das. Fartys Fressen haben wir gerade beschützt. Und Farty sieht so aus. Leckt seinem Herrschel genüsslich das Gesicht. Keine Ahnung, was das für ein Vieh sein soll. Huiuiuiui. Oh, noch mehr. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn das gelbe Echo? Oh, hier werden noch ein paar Eierchen gewiesen. Hui. Oh, unsere letzte Spähfliege. Ich glaube, im Sumpf geht es langsam dem Ende entgegen. So. Haben wir alle. Ja, sehr schön. Ja, geht doch, doch, ähm... Dann ganz flott. Ja, nicht ganz flott, aber ziemlich flott voran. So, damit hält man dann das letzte Seil und in der Mitte reißt das dann auch, weil es das alleine nicht mehr halten kann. Tschüss. Tschüss. Oh. Okay. Oh. Ich kann mir nicht vorstellen, was die Lurker damit vorhatten. Aber es ist besser, dass sie ihn nicht bekommen haben. Wenn du so weitermachst... Ach nein, ein Held wirst du nie werden. Aber gib nicht auf. Du machst das Ganze hervorragend. Ich denke, wir wären doch noch ein Held. Ui, ei, ei, ei. Das war knapp. Ups. So. Uns fehlen noch 6 Orbs. Und. Sonst haben wir jetzt hier alle Energiezellen. Sehr schön. Und alle Speefliegen haben wir auch. Na klar, wenn wir alle Energiezellen haben, haben wir auch alle Speefliegen. Das geht sonst nicht so. Nja, oh Gott. Äh. Sollten wir doch von da nochmal lieber ein bisschen gelbes Echo mitnehmen. So. Aha. Ja, sehr schön. Hat genau gereicht. Oh, hier haben wir auch noch was freigemacht. Und wir haben alle Obse. Und dann kommen wir hier oben wieder raus. Und dann sind wir wieder am Anfang. Sehr schön. Haben wir den ollen Sumpf hinter uns gelassen. Dann können wir jetzt zurück zum Felsdorf und dann mal im Precursorbecken gucken, was wir da alles für Aufgaben haben. So, einiges wurde uns ja schon mitgeteilt. Die Maulwürfe zum Beispiel, die in ihre Löcher treiben oder am Rennen teilnehmen. So, da fehlen nur die Beine. Wir haben 360. Das heißt, wir können dem Orakel die zwei Energiezellen abknöpfen. Ich hab schon verstanden. Hier ist eine weitere Energiezelle für eure Suche. Oh! Entschuldigung. Für dein Opfer überreiche ich dir eine Energiezelle. Genau. Deine Synchronisation ist schon wieder falsch rum. Unmöglich finde ich sowas. Jetzt haben wir nochmal genau 120. So, im Felsdorf haben wir schon alle... Ja, da haben wir auch schon alle Orbs gehabt. Na dann können wir jetzt ohne Probleme da zum Precursorbecken. Oh, das wird lustig. So, hier haben wir wieder so einen Zoomer. Ohne den können wir hier nämlich gar nicht rein. So, jetzt haben wir hier so ein Gebiet, wo wir nur mit dem rumfliegen können. So, das hier sind übrigens die Maulwürfe. Die können wir jetzt ein bisschen jagen. Wir müssen zurück in ihre Löcher. So, zwei auf eins. Streich. Komm, du auch. Oh, das ist dein Ernst? Ab ins Loch. Hallo? Hey! Hey, was ist das für ein Vieh? Hallo? Hallo? Los! Ja, endlich! So, hier war aber noch einer. Ups! Der rennt natürlich daran vorbei. War ja klar. Komm schon rein, da. Och. Sind die nervig. Habe ich gar nicht so nervig in der Erinnerung. Ey, was soll denn das? Los! Ja. Los! Jetzt holen wir uns unsere Energiezellen von der Geologin. So, sie sind jetzt alle drin und diese Viecher hier, ja. Die müssen wir jetzt auch noch jagen. Müssen wir nämlich... Ja, gut, die holen wir uns später noch, die Orbs. Müssen wir nämlich erwischen. Ups. Oh. Komm. 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 Das ist ganz knapp. Ah, sind die... Die sind auch noch mal richtig nervig. So. Einer. Hier hinten war noch einer, oder? Oder da vorne. Ah, hier liegt noch einer rum. Komm. Äh. Na, super. So wird's nübscht. So wird's nübscht. So, haben wir den auch. Ähm. Ja, hier gibt's so einiges zu tun, wo ich überlege gerade. Ich hab da immer so mein System, in welcher Reihenfolge ich das mache. Wir können ja hier oben erstmal noch die Orbs sammeln. Ach, da ist auch noch eine Spähfliege. Ja. Oh. Hilfe. So, gehen wir mal auf die andere Seite. Au. Hier gibt's dunkle Eco-Pflanzen. Die müssen wir hier mit dem grünen Eco, müssen wir die, äh, vertreiben. Dann ziehen die sich sozusagen ein. Hier müssen wir mal mit dem grünen Eco, die wachsen nach einer Weile sogar nach. Also so einfach ist es dann auch nicht. Na, habt ihr gesehen. So, dann müssen wir mal nachholen. Da müssen wir halt schneller sein als die Pflanzen. Ah. Ach, das ist so, schon mal suboptimal. So. So, mussten wir aber gleich geschafft haben. Ja. Supi. Und dann wächst eine schöne Blume und die gibt uns eine Energiezelle. Er beeindruckt mich immer mehr. Aber vielleicht liegt das auch nur an meinen niedrigen Erwartungen. Okay. Genug der Schweichelei. Weitermachen. So, jetzt versuchen wir mal den Typen hier einzufangen. Äh. Ja, der haut nämlich nach. Moment. Der ist gerade wohl runtergekommen. He. Hey du, Vogel. Der haut nämlich nach. Hier oben wird ihn ab. Oh, komm, komm. Ah, jetzt hätten wir Glück haben können und den hier in der Lücke erwischen können. Ja. Sehr schön. Das klappt gerade richtig gut. So, hier müssen wir auch noch ein paar Mal hoch. So. Nachher mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit noch. So, hier war noch ein Fliebchen. Ja, schön. Super. Das hat er gerade richtig gut funktioniert. Jawoll. So gut habe ich es ja fast noch nie hingekriegt. Gleich beim ersten Mal hier. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, dafür klappen andere Dinge dann wieder nicht so gut. So, hier ist jetzt noch sein Vorwahl. Äh, wo ist er? Oh Gott. Oh, komm. Ey, den hätte ich kriegen müssen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Los, zeigt sich. Schuft. Garnove. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ich war nah dran. Oh, komm. Oh, Leute. Das gibt's doch gar nicht. So. Genau, die geben uns nämlich auch nochmal eine Energiezelle. Ui. Ui. Gut geflogen. Diese Lurker sind keine wirklichen Gegner für den Zoomer. Jetzt haben wir eine Energiezelle mehr. Ja, das ist schön. So, was müssen wir denn jetzt noch machen? Schlage die tote Schlucht Rekordzeit. Ich denke mal, das heißt die Totenschlucht. Gehe zurück zur Geologin. Hier sind noch zwei. Und befreie die sieben spielfähigen. Okay. Die zwei anderen Rücken hier sind zwei Rennen, die wir machen müssen. Einmal ein leichteres und dann einmal schwerer. Ich bin hier gerade schon mal üben, weil ich glaube, wir müssen hier irgendwie mal hoch über den Stein. Da weiß ich nicht mehr, wie das ging. Ich bin hier gerade schon.